Ich glaube, jeder, der einen guten Lebenslauf erleben oder schreiben oder sein eigen nennen will, muss vor allem wissen, wie im Team funktioniert. Allein sind wir toll, aber im Team sind wir immer besser. Und egal, welche Teams jetzt bei dem Bewerb teilgenommen haben, ich gratuliere euch allen, aber natürlich denen, die gewonnen haben, ganz besonders, weil im Team sind wir, besser, schneller, stärker, mutiger und nicht allein. Alles Gute!